Diese einfache Übung trainiert Bauch, Beine und Po gleichzeitig. Für einen spürbaren Effekt reichen täglich 5 Minuten Training. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Medizinball. So wird der Kneel-to-Squat durchgeführt. Zu Beginn sind Sie in einer stehenden Position. Mit beiden Armen halten Sie einen Medizinball und strecken ihn nach vorne. Aus dieser Position gehen Sie in einen Squat und kehren dann zurück in die Anfangsposition. Diesen Ablauf wiederholen Sie 5 Minuten lang. Positive Effekte der Übung. Das Halten des Medizinballs trainiert die seitlichen Bauchmuskeln, da sie arbeiten müssen, um den Körper und Rumpf zu stabilisieren. Durch den Bewegungsablauf von der stehenden Position in den Squat wird die Bein- und Gesäßmuskulatur trainiert. So beansprucht das effektive 5-Minuten-Training Bauch, Beine und Po in einem. Viel Spaß beim Training.